Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Fortnite. Schön, dass ihr wieder... Oh mein Gott, was ist das denn? Ey, das hängt übelst hart. Oh, und ich weiß nicht warum. Lass mich gucken, Einstellung. Ach, ja, wegen 120 Bilder pro Sekunde. Hehehe, so Freunde. Okay, ja, jetzt. So ein Scheiß aber auch. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Genau. Also, ich bin am überlegen, mir das PvE-Spiel zu holen für 90 Euro. Dass ich meinem Bruder und Mike das Spiel auch geben kann, sozusagen. So, immer mal kurz gucken. Mein Mikrofon ist nämlich hier irgendwie Kabel. Ein bisschen für den Arsch hier, ne? So, ich hoffe, dass es jetzt nicht brummt. Ne, sieht gut aus. Wir schauen noch einmal kurz. Ich muss einmal das Mikrofon überprüfen. Test. Oh, perfekt. So, sehr schön. Startet schon in 10 Sekunden. Dann wollen wir mal loslegen hier, Freunde der Sonne. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ja, wie gesagt, der Sieg ist irgendwie weg. Keine Ahnung warum. Aber, der ist da. Ist der doch da? Nein, aber wir wissen ja, dass wir gewonnen haben. Ja, wir haben ja auch den Regenschirm, ne? Ja. Ja, so, wohin? Da hinten. Ja, ist gut. Da geht immer richtig die Party. Oh, mein Symbol ist auf dem Bus. Ist dein Symbol auch auf dem Bus? Meinst du dieses V? Ja. Hört aber nicht zu dir. Ach so, schade. Hum. Ich dachte, dass das Symbol jetzt immer aktualisiert wird bei demjenigen, der es hat. Nee. Lügen darf man nicht sagen. Ja, Leute. Leute, ich hab die ganze Zeit einen Hitmarker. Jo. Hier ist ein Randy. Na und? Es wird zerfetzt. Eins, zwei, drei. Aber wir landen als erstes. Ja, safe, ja. Safe, ja. Ich lande auf dem Balkon. Rechts das letzte Haus lande ich. Ah, Hauptsache, wir treffen uns gleich. So, jetzt hab ich schon mal ne Waffe. Oh, schön ne Shotgun hier. So, muss ich... Oh, direkt Rüstung. Das ist gut. Hier ist nämlich schon ein Random. Hure. Also, er war nicht alleine. Warte, ich komm mal rüber. Ich mach die Treppe kaputt. Weil ich hab gerade gesoffen, hat er mich einmal geschlagen, der Lappen. So. So, komm ich noch rüber. Kannst du gerne machen. Ja, um dich zu beschützen. Um mich zu beschützen. So, ich hab schon mal ne M4, das ist gut. Oh, hier ist noch ein... Hier ist noch ein... Oder bist du... Gegenüber... Warte, warte. Das bist nicht du. Gegenüber von dir ist einer. Also in dem gegenüberliegenden Haus. Hier ist noch ne Truhe. Ah, ne, das bist... Oh, ne, der ist im Erdgeschoss, der. Meine ich doch. Meine ich doch. Ich hör doch hier was. Der rüstet sich grad fröhlich aus. Ich komme. Er ist nicht alleine. Hier muss noch einer sein. Truhe ist hier draußen in dem Hundehaus übrigens. Ich mach sie mal auf. Nichts Besonderes drin. Ihr fickt alle beide? Ne, der war auch alleine. Also, der war auch auf niedergestreckt. Ich hab einen oben getötet, aber... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie... Ah, die Tech-9, das ist gut. Ich muss Leute mit Tech-9, die mich töten. Ah, ich hab gar nicht drauf geachtet. Hier müsste noch irgendwo ne Truhe sein. Äh, die Truhe, die hab ich draußen schon geöffnet. Achso, draußen war eine. Weil hier oben hab ich eine geöffnet. Warte mal, wenig. Hier ist doch noch jemand. Ja, da. Ah, okay. Warte, der ist unter uns. Pass auf. Lass mich den töten mit Tech-9, bitte. Ja, dann komm. Wo ist er? Weiß ich nicht. Rechts von uns. Ne, ist rausgerannt. Lass mich den Fick hin. Ey, wie viel steckt der ein? Der Junge, der ist ultra-low, ja. Der hinter dir. Der ist low. Der hat so viel gefressen von mir. Jetzt verpisst er dich. Ich hab ihn dir, Tiger. Hat er eine grüne M4. Ja, ich hab ihn aber minus 80 gegeben, glaub ich. Da ist eine grüne M4, die nehm ich mir mal eben. Und hinten bei dem Typen hab ich auch noch ein bisschen was liegen lassen. Ich geh dann jetzt mal hochbandagieren, ey. Ich idiotisch, hab ne Granate. Oh. Ich hab nur noch 15 Schuss. Tech-9 ist echt schwierig, Leute, damit zu holen. So, da wir am Kreis sind, würde ich sagen, gucken wir die anderen Häuser das Modul nicht hier. Würde ich auch sagen, ja. So, hier ist noch Medikit. Da ist jemand. Ah, ich seh schon. Ja, lass mich erst mal bandagieren. Ah, ist keine Rüstung mehr. Da ist noch jemand hinten im modernen Haus drüben. Der ist in den Keller reingegangen. Kann den sonst ne Granate reinschmeißen, ne? Der ist da drinne. Oh. Ich hab mich selbst gesprengt, Alter. Glaube ich. Oh, da war noch jemand. Na gut, okay. Kann man mal machen. Kleine Lutscher. 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 Soll ich mal gucken, weil irgendwie mein Ping? Ne. Müsste eigentlich okay sein. Tö, 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 tö. Boah, jetzt läst du aber bei mir ganz schön lange. Hallöle. Bei mir aber auch. Abgekackt. I don't know. Sieht so aus, ja. Ich denk mal, wir machen hier erstmal Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und Michael ist jetzt auch da. Der macht dann auch gleich mit. Und dann verkacken wir auf jeden Fall. Wir sind mit Triogenagen los. Aha. Der kam flach. Was hast du denn da ausgegraben? Ja, das ist krass, ne? Hab ich von dir. Ja. So, diese Folge ist wieder ab 16. Wieso? Was hat Michi gesagt? In Tag 9 macht einfach nichts an Schaden. Da brauchst du echt eine grüne oder mindestens eine blaue, damit da was passiert, weißt du? Okay, Freunde der Sonne. Wir kommen von la 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 la. Ja, direkt raus, ne? Wollen wir? Ja, kommen direkt raus hier. Da kommen wir die harten Pros einfach direkt raus. Hallo Miguel Pablo. Oh, geil. Das riecht jetzt. Oh, ich lande, glaube ich, perfekt am Turm wieder. Egal. Jo, ich auch. Nein, ich nicht. Oben ist Ruhe. Oh, ne. Ne, 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 ne. Der Geier hat. Ist da oben tot? Sonst komm ich. Oben ist tot. Aber er war nicht allein. Also, er ist nur wieder. Da ist noch jemand mit Waffe. Oder bist du das? Ach, du bist das. Hä? Oh mein Gott, Alter. Da war noch irgendwer. Der ist unten. Nein, du bist runtergesprungen. Ja, weil der unten ist hier, bei mir. Was? Der hat nur noch low Leben. Komm. Go, go. Ja, ich bin unten. Ich komm nach unten. Ja, dann los. Der baut hier den Turm ab. Ich laufe doch schon, du Esel. Meine Fläser. Was? Komm, ey. Ich muss auch erst mal laufen. Ja, meiner Zwieback. Ich bin so ein Ding wie du und spring runter. Ich spring runter, ja. Und gehst dabei drauf? Ja, so halb. Oben lagen noch irgendwo Bandagen. Musst du hochlaufen und holen. Ich hab jetzt auch den Weg nicht angehalten. Ich hab Panzerungen, also trinke ich die, ja? Ja. Ich nehme mir die Schrotflinte hier. Klein, mittel, groß, mein Pimmel. Ey, ich hab da. Mann, trink doch zu Ende. Ja, der Ping ist irgendwie momentan wieder Kacke. Ja, ein bisschen. Oh mein Gott. Komm, stell ins große Haus, bevor es jemand anders macht. Und wir müssen zum Kreis danach. Ah, das ist ja noch in Ordnung. Das ist ja heil so wild. Man kann den kompletten Turm theoretisch ja auch abbauen, ne? Also, unten die Dings und dann zack, alles fällt ein. Eigentlich ja, aber ich glaub, hier war schon jemand. Oh, alles leer hier. Ja, hier war schon jemand. Oh, der steht da und süffelt. Der steht da und süffelt? Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ja, warte, warte, warte. Fünf Schuss, wehne. Der ist hier oben im ersten Stock. Hat einfach fleißig gesüffelt. Rechts. Hä? Oder? Ist er runter? Sieht so aus, ne? Weg. Den jagen. Wo ist er? Hat Rüstung. Komplette Rüstung. Oh mein Gott. Fünf Schuss. Wo ist er? Er ist reingelaufen, ne? Eine Hure oder was? Da oben, erster Stock. Er kriecht. Also, er hat sich geduckt. Gut. Headshot. Rüstung, zum Glück. Lauf hoch. Gib mir Tech 9, wenn er was hat. Oder leichte Pistolen. Weil ich hab für nichts Munition, Mann. Alles alle. Erstmal nachladen hier, die Scheiße. Da ist Pistolen-Muni. So auch nachladen. Arschen. Wie konnte er sich eigentlich hinlegen gerade? Konnte er nicht. Er hat sich nur so geduckt halt, dass man... Also so oder was? Ach so. Ja. Können wir gleich los, ne? Laufen. Das heißt, er hatte volle Rüstung, hab ich ja gemerkt. Und noch einen zusätzlichen Geson... Also Trank. Ja. Komm, ich bin nicht mehr langerlaufen. Hier ist noch leichte Munition. Das ist hier noch nicht zu viel Zeit. Ja, ich komm jetzt. Gut. Gut. Hier hat jemand abgebaut, aber die Truhe nicht mitgenommen. Das ist schlau, ne? Vielleicht auch getötet. Oder so als Anlocke. Kann auch sein, ja. Da ist aber eine Scheiße drin. Du brauchst das leichte Munition, ne? Ja. Was? Na, egal. Was denn? Hier ist jemand. Echt? Ja. Hat nachgeladen. Ja, weil da was blaues drin ist. Ja, hier ist er nicht. Der Typ. Also ich hab ihn nachladen hören, glaub ich. Da oben ist noch was blaues. Na, ist ne Falle. Boah, besser als nichts. Du hast ja auch eine, ne? Ja. Deckenpanzer. Deckenpanzer. Und ich hab Falle von unten. Ja, du musst auch runterlaufen. Ach, deswegen leckst du es bei mir so. Ich denk mir so, was geht ab? Weil mich zerlädt erstmal das Spiel runter noch. Ja. Dies Update. Nur graue Waffen, ey. Tomato down. Tomato down. Noch ne Falle. Oder? Ja. Da unten sind zwei. Wer ne? Jo. Habt ihr schon mal leicht angefickt? Wo genau? Ah, direkt beim Haus. Bei dem Kleinen rechts von uns. Also einen hab ich mit 60 getroffen, den anderen leider gar nicht. Ach so, beide gebumst, ja? Krass. Krasser Ficker, ey. Krasser Ficker, ja. Und gib mir mal die Muni, ey. Ich bin sonst hier richtig am Arsch. Oh ja, das ist gut. Oh ja. Oh ja, ne blaue M4. Willst du meine grüne? Ja. Und ein bisschen Muni wär auch nicht schlecht. Alle. Anger. Den linken, erst den linken. Gut. Beide gefickt, auseinandergenommen und Leben beendet, Alter. Hast du gesehen, ja? Ja, du brauchst es wieder ein bisschen mit Waffe wechseln, ne? Ja, irgendwie hat er nicht da wegen Ping und ach. Medikit, das ist schon mal sehr gut. Ey, sind beide tot. Also von daher. Oh, grüne Tech 9, jawohl. Und ne blaue Tech 9 liegt hier noch. Oh, kann ich die... Nimmst du die grüne einfach? Easy. Ich benutze eigentlich Pistole kaum. Ich hab auch keine Muni dafür. Ich brauch die Kates dafür. Ich hab gar nicht geguckt, was ich als Styley hab. Muss ich gleich mal machen. Hier hab ich noch kleine Muni. 94. Hab ich genug? Oha, ja, dann hab ich jetzt 200 Schuss damit. Achso, ja, dann warte, warte. Hier ist von mir die mittlere wieder. Warte. Ne, ne, dann nehm ich die Tech 9 einfach. Die andere. Dann gib mir 100 wieder. Das ist 83. Einfach direkt Hälfte ausgewählt. Oh, Truhe. Hier ist noch ne blaue Tech 9. Ja, dann nimm ich gleich. Und das ist gut, ey. Die macht richtig dann Damage, ja. Grüne M4. Und, ja, das war's. So, dann müssen wir wieder laufen, wa? Mhm. Airdrop, aber ziemlich weit weg. Das Haus wurde auch schon bebaut. Äh, lol. Wie das leckt, alter. Ich spring da dreimal hoch, weißt du, kommt nichts. Zwei Airdrops, ja. Airdrops. Airdrops. Und der eine weiter als der andere. Ja, lass uns den rechten einfach hinlaufen. Okay. Bis der unten ist. Da läuft jemand, da läuft jemand, da läuft jemand. Ja, so kann man das auch machen, ne? Easy, bene, easy. Wie viel Kills hast du? Äh, drei. Ich hab fünf. Was hatte er denn schon? Oh, Rüstung. Darf ich Rüstung? Ja, nimm Rüstung. Darf ich Rüstung, easy. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Oh, blaue M4, ja, okay. Warum hat er die denn nicht gesüffelt, wenn er dann... Er hatte ja nicht so viel Rüstung mehr. Ist er auch einfach nur leicht verblödet. Oh, einen Schuss, ne? Oder hast du schwere Muni? Hast du meine blaue M4 jetzt genommen? Die weggelegt? Ja. Hier bin die grüne wieder. Ja, ich muss ja irgendwie die Rüstung aufnehmen. Hast du schwere Muni? Ups. Ja. Ja, ups, genau. Ich wollte Granate werfen. Oh, ein 30 Schuss, ja, das ist schon mal besser. Warum ich irgendwas sehe hier. Vielleicht locken wir Leute damit an. Den AirDrop können wir jetzt vergessen, glaube ich. Ah, ne, der liegt dann. Der liegt da. In den AirDrop ist noch keiner dran. Ist keiner da. Noch. Doch. Noch. Noch. Ich habe genug Eisen. 200 Eisen, 200 Holz, 500... Ne, 200 Stein, 500 Holz. Für mein Holz. Oh, beide liegen da. Alter. Beide nebeneinander hier. Beide nicht genommen, oder was? Noch nicht, ne? Ey, wenn dann eine Sarah. Ich will die Sarah. Ja, dann nimm. Warte mal, ich glaube da... Oh, keine Sache. Den rechten, oder was? Erstmal den... Ich gehe mal den linken, baue mich zu und dann gucke ich mal. Ähm den rechten sonst ab. Vielleicht geil an die auch. Also vielleicht ähm die selber ab. Ja, deswegen. Von oben vielleicht Berg oder so. Links. Ist auch keiner da. Ich glaube links war was, oder? Ja, links läuft einer, aber ganz weit weg. Ja, dann geh hin und ich nimm den rechten. Oh doch, hier werde ich angeschossen. Ja, dann bau dich zu. Sind beide da, aber die haben ordentlich einen weg. Nee, nur goldener Granatwerfer. Haben beide einen Hitfunkel. Aber nimm mich erstmal mit. Kommst du zu mir helfen, sind beide hier. Aber haben beide einen Hitfunkel. Noch ein Airdrop. Komm mir mal helfen, bitte. Ja, warte, 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 warte. Ich bin noch nicht da. Snipe-Haut oder was? Ah, ich sehe schon. Von der Scheune. Aber beide, beide. Die wollen mich geiern. Niedergestreckt. Warte, ja gut, der eine ist rechts hinter dem Baum da. Der snipet auch hinter dem Baum. Ganz recht am Haus. Siehst schon, Bruder? Nee, leider nicht. Ja, okay, warte, dann lass ihn raus. Ja, er ist am Arsch, er ist am Arsch. Er muss, er muss da weg. Von hinten auch, von hinten. Ich, ich kümmere mich drum. Heißen, nachladen, fuck. Eine niedergestreckt. Ist tot. Sehr schön, der hinter uns, der wird wahrscheinlich auch drauf gehen. Nee, der schießt noch. Das blöde ist, in dem blauen Feld sieht man einfach nicht, wo er ist. Aber da hinten. Der lilaner ist Autosniper. Nämlich erst mal. Der ist hinter dem Baum da hinten. Da ganz hinten hinter dem Baum in die Richtung. Äh, 345 ist er. Hinter dem Baum. Bandagiert sich wahrscheinlich hoch oder so. Kannst du mir ein bisschen den Arsch decken sonst? Bin ich der? Hä, lol? Bin. Rot war er nicht, das weiß ich. Welcher Autosniper hast du? Ist das die mit mittleren oder schwere Patronen? Äh, mittlere. Also, eine M4, lila halt. So, den kann ich hier lassen. Der ist eine mittlere. Wo? Ich hab ihn fast getroffen. Der läuft wieder zum Berg hoch. Ah, ich treff ihn nicht. Ist gleich tot. Ist gleich tot. Warte. Ist tot. Sehr gut. Eliminiert. So, meine M4 ist leer. Ich muss jetzt halt echt snipern einfach. Gibt hier noch irgendwie was munitionsmäßig? Ja doch. Hier lag ein bisschen was. Noch 15 Leute. Könnten wir machen. 30 Sekunden müssen wir wieder im inneren Kreis sein. Ich lass uns auf den Berg hoch, Alter. Das wird richtig OP. Hast du genug zu bauen? Ja, hab ich. Holz. Ja, dann lass uns. Dann mach. Ich konnte 50 Holz bauen, theoretisch. Würde ich sagen, ab hier fangen wir an, ne? Hm, wenn das nicht schon zu früh ist, eigentlich. Du weißt, wie stahl die Dinger gehen. Ja, egal. Dann mach ich gleich oben was aus. Dürfen wir nur halt. Ich sehe jemanden. Äh, 240. Hat einen 55er Sniper. Also nur in dem Fuß leider. Aber die rennen beide, gerade gesagt. Äh, die erwische ich nicht. Das dauert zu lang. Komm lieber ran hier. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, schon da oben. Ja, die bauen sich selber hoch. So, jetzt einmal unten mach ich das Ding kaputt wieder. Ja, warte, ich bin noch nicht drauf. Okay, jetzt kannst du. Ja, das Sniper muss ich echt noch üben. Komm, haben die keine anderen Wege hier? Doch, die haben einen Weg, um auf den Berg zu kommen. Und zwar rechts da, weißt du. Aber da müssten sie ja immer rumlaufen. Geh nochmal Luscha an. Ja, die schießt ja mit Granatwerfern. Auf wenig, hier könnten wir uns richtig einmischen. Komm mal her. Ja, warte kurz. Ich hab nämlich Autosniper, wie gesagt. Ja, dann... Hier können wir uns richtig schön einmischen. Zehn Leute noch. Ja, ja. Weiß, ich schieße... Das kommt mir sofort schließlich durch seine Beine durch. Siehst du, die rennen jetzt zum Haus da. Ja, ich seh schon. Hast du noch mittlere? Ja, ganz viel sogar. Ja, gib mal, weil dann baller ich einfach drauf. Das ist leichter, warte. Jo, perfekt, sehr schön. Oh, oh, guck mal an hier. Lass uns auf den... Lass auf Zeit spielen. Lass die da hinten bekriegen. Okay. Dann baue ich jetzt noch mal mit Eisen uns hier zu. Und dann irgendwie... Vielleicht haben wir Glück und es endet sogar hier oben. Ah, der Snipert mich an. Und der kam besser Sniper an, als ich hab das Gefühl. Ich hab nur noch 38. Scheiße, ich sollte mich mal vielleicht... Hochbandagieren, ja? Hast du sonst ein dickes Medikid? Ne, das hab ich liegen gelassen. Was müsstest du da haben? Ne, ich hab's nicht. Ich hab nur die kleinen. Ah, da, ich seh jemanden. Ist tot. Ist niedergestreckt, oder? Durchlöchert, ist tot, ne? Ja, ist tot. Eliminiert, ist rot. Ja, ist... Ja. Aber hinter uns, wie gesagt, ne? Ne, aufpassen. Dann warte, dann baue ich zu. Wenn die herkommen können, ne? Guck grad selber, wo die sein können. Aber hier sind wir nicht sehr mittig, ne? Da kommt jemand, da kommt jemand. Ich hör jemanden. Oh, ich bin drin. Komm rein, bitte. Rein, 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 rein. Oh. Bring das Pumpe halt, kann ich nix machen. Wie ist der denn hier hochgekommen, bitte? Ja, der ist einfach reingelaufen. Ach so. Deswegen, ich wollte gerade Dings machen, dass wir hier zu sind. Aber dann warst du schon wieder weg und ich war tot. Ja, ich war draußen, wo du zugebaut hast. Ich dachte halt, halt mal draußen die Stellung. Aber nee. Oh, schade. Der hatte sogar schon angefehlt. Aber der müsste 100 Rüstung gehabt haben. Also nur blaue Zahlen gesehen, weißt du? Aber war ja gar nicht so schlecht. Boah, ich glaube, ich hatte vier oder fünf Kills. Weil ich hab den unten ja auch. Weil ich konnte einfach durchballern. Alter, was dauert das denn so lange? Okay, ich bin dann erstmal wieder... Ah, okay. Perfekt. Und da geht es nicht so lange auch schon los. Bin nur gerade am futtern. Deswegen habt ihr Standbild. Hm, 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 hm. Ja, würde ich sagen, ganz am Ende, ne? Ja. 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 Du hast den Gleiter aber früh gezogen, wa? Da ist noch ein Random, ich schaffs grad nur in die Mitte leider, zwei Randoms, ich schaffs oben auf dem Berg drauf. Ich hab nen Raketenwerfer hier, also nix um mich zu verteidigen, ich komm mal hoch. Nicht hauen. Wieso haust du den denn? Ja er hat mich gehauen, ich dachte das warst du und dachte, hä nicht hauen hier weißt du aber ich hab nur Raketenwerfer, hast du noch irgendwas anderes da, was teines? Ne ich hab nur Pistole. Ja Pistole reicht schon. Also für mich, also M4 hab ich. Okay. Lass uns mal runter. Unten liegt bestimmt was. Ja hier ist ne Pistole, aber hier läuft noch jemand. Hat aber die Rüstung vergessen. Hey. Willst du Medikit? Ja, sollte ich vielleicht gleich benutzen. Da liegt auch nochmal Rüstung perfekt. Und ne blaue Tech 9. Ne, Falle. 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 Ja dann komm ich. Rrrr. Rrrr. Musst du nur die Rüstung, äh die Munition ein bisschen teilen dann. Aber warte hier liegt auch noch was. Wie viel ist denn da drinne? Muss du mir sagen. Drei. Okay. Dann nimmst du die drei hier, dann hast du sechs. Ich hab vier. Ist scheißegal. Hauptsache. Der wird später lustig. Allah Akbar. Ja ich weiß. Haus? Würde ich sagen. Wenn da nicht schon jemand war. Ne Pumpe wär gut. Ne ich denk mal nicht ne. Oh nochmal Rüstung. Sehr schön. Da hast du Pumpe. Blaue Pumpe. Hattest du nicht gesagt du hast auch Rüstung nochmal? Dann trink die doch. Na ja. Nimm erstmal die blaue Pumpe die hier unten liegt. Ach liegt ne blaue. Oh sehr schön. Hä der hat das Geräusch gemacht aber trotzdem nicht gesüffelt. Jetzt aber meine Fresse. Dann sind wir ja eigentlich schon ziemlich gut gerüstet muss ich sagen. Und Tru ist auch noch hier rechts. Ey warte mal die ist da. Nochmal Rüstung. Aber ne M4 ist da schon mal drinne. Soll ich die erstmal nehmen? Ja nimm nimm nimm. Ist halt Regeneration. Mittlere Muni ist gut. Welche M4 hast du ne grüne oder irgendwas? Ne ne graue. Ja ich auch. Hier ist noch ne Truhe. Oben oder was? Ja oben rechts müsste die sein. Ja das war fail. Perfekt. Achso ja wenn ich den nehm dann stapelt der sich dann kann ich das nachher geben dann. Ey wir können so heftig. Oh das wird so heftig nachher. Ja auch wenn sie grau ist die M4. Warte mal. Soll noch eine. What the fuck? Ja hier direkt über mir. Warte warte. Ich baue hier hoch einfach. Ja ich war schneller mit bauen. AK aber mittlere Muni ist gut. Eisen. Granaten nämlich nicht. Nimm die AK mal mit. So jetzt müssen wir aber hier hacken Gas. Die ist auf Nahkampf besser als ne Schote du. Die AK wenn alle drei Schüsse treffen. Ja die ist heftig dann. Na Mike hast du auch geschafft. Deine mußmattliche Stunde oder zwei. Das musst du dann regeln oder was? Jetzt müssen wir uns aber echt beilen. Scheiße. Nein. Oh mein Gott. Na was hast du jetzt verkackt? Ich hoffe ich krieg die noch mit hier ohne dass wir sterben nachher. Nochmal Rüstung Alter. Was geht denn ab? Ich nehm mit und dann lass uns bloß laufen ey. Fünf Kills mit Tech 9 darf ich machen. Würde ich ja eigentlich immer im Solo dann. Dann geht die Quest ja denke ich schneller. Und ich habe jetzt immer noch nicht geguckt was ich machen muss. Oh hier war anscheinend schon jemand oder? Warte mal kurz Winnie. Ja ja. Die ist 98 und hat sie geledigt. Alles fertig. So. Wollen wir gleich hier schon mal gucken ob hier irgendwas ist. Ähm. Okay. Was so G hat. Jetzt ist es angekommen. Boah. Alter Schwede. Die machen aber Schaden ne? Aber die braucht aber dementsprechend. Ich glaube ob hier noch irgendwie drohen sind. Auch wenn die Mauer schon ziemlich nah kommt. Naja wir sind ja schon da. Aber hier ist nix. Aber hier ist nix. Also hier war schon jemand. Denke ich mal. Tomato Town. Ja. Tomato Town. Vielleicht kriegen wir hier ein paar Gegner. Äh. Zara finden hier. Doch hier war schon jemand drinnen. Hat aber die Truhe nicht mitgenommen. Boah. Boah. Noch ein Rüstungstrang. Den musst du dann aber nehmen. So. Hast du schon? Ich hab die zwei lilanen. Kannst die. Ich kann nix mehr tragen. Dann schild auch zweimal. Warte mal. Hm. Ne. Es war dann wahrscheinlich Ping von dir oder so. Aber hier war echt keiner. Die Tür war offen. Ja. Aber sonst. Hier oben ist auch nix. Goodie. Dann. Ja. Nach Tomato Town ist keiner abgesprungen. Krass. Ja. Okay. Dann Richtung Loot Lake. Ja. Werden Sniper gar nicht verkehrt. Ach ja. Mike bist du gleich dabei? So. Bei Michel läuft jetzt der PC. Ist auch fertig. Aber er ist nicht da. Ja. Er macht drüben noch. Er verschiebt die Nummern oder so. Meint der. Oh. Da hat jemand gebaut werden. Lass uns da mal gucken. Ja. Da hat sich jemand eine kleine Festung gebaut. Aber niemand hier. Aber da wird sich noch gefetzt. Das hört man. Oh ja. Da unten. Hat irgendwo nen Schuss gesehen. Ja. Da hinten. Ah ja. 130 ne. Siehst du. Hat Hit. Von mir auch. Gut. Der hat Hits. Dann lass uns erstmal näher ran. Weil von hier wird das doch nix. Deine Rakete ankommt sind auch schon Jahre vergangen. Ja. Oder die müssen da weg. Wir müssen ja in den Kreis. Äh. In einer Minute erst. Aber da ist jemand gestorben scheinbar. Weil hier liegt überall krasses Zeug rum. Ich würd sagen wir gehen mal gucken. Oh. Ich seh. 9,9,9. Nein, 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 nein. Blauer M4. Ne. Standard M4. Irgendwas M4 mäßig Gutes. Ne. Ist doch ne grüne ja. Oh warte mal. Ich glaub der kommt rechts vorm Silo. Müssen wir gleich looten. Weil erstmal. Ne der ist der ist. Ach Gott ist der weit weg gelaufen alter. Keine blaue M4 oder so ne. Ne der grüne liegt da oben halt nur aber. Und er hat mich nicht durch dich hat er getroffen. Warte dann kannst du jetzt den lila dran trinken. Ah aber ganz kurz hat er mich. Dann kannst du dich voll voll auf 100 und wieder gut. Jo warte warte warte. Ja. Will mir hier eben die grüne M4 holen. Und dann. Da hinten. Wer schaden halt. Ja komm erstmal hier her. So zu dir. So dann trinkst du den einmal. Dann bist du nämlich voll Rüstung und voll Leben. Hup. Naja. So nimm 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 nimm. So wir sollten langsam ne. Ah ja so kann man es auch machen. Hintertürchen. Wo hat er geschossen weißt du das? Ne. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwo in der Richtung. Kreis kommt. Kann sich also. Da hinten läuft er. Hinter dem Baum da. Nämlich die letzten beiden Schüsse noch. Lass den hier. Schießt du ihn? Du hast deine komplette Rüstung verloren. Aber er trifft mich. Aber ich ihn nicht halt. Gehen wir kurz wüffeln. Der ist fast tot der eine. Ja Moment. Sonst geht kurz in Sicherheit. Der Ballert seine Rüstung nicht. Ich drink den einfach dann kann er mich ruhig anschließen. Er hat 83 runter. 83 Rüstung. Also er dürfte gleich nichts mehr haben. Ist tot. Nieder gestreckt. Aber warte. Ich muss noch ran. Dann hol den anderen. Beleb mich gleich einfach. Wo ist er noch eineinhalb Minuten? Alles easy. So. Oh lila ne Pumpe. Warte. Ich sammle erstmal kurz alles so ein. Du hast eineinhalb Minuten. Alles easy. Das macht ruhig. So. Jetzt komm ich zu dir. Ja. Hast du noch ein dickes Medica zufällig? Ne. Nur kleinere. Aber Rüstung hast du ja noch. Rüstung hab ich noch eine. Oh weh ne. Mein Retter in das Not. In das Not. Gut. Hast du ein Medikit? Ne. Überhaupt irgendwas Medi mäßig? Nö. Nur den äh. Gut. Sonst zwölf du mal deinen. So dann komm einfach zu denen erstmal. Dann gucken wir was er so hatte. Ja ich hab schon. Ich hab keine Rüstung mehr. Hast du noch eine Rüstung? Ey. Ist nur noch sechs Leute am Leben. Acht. Achso ja. Mit uns acht. Ich rechne die runter. Die. Die wir töten messen. Was hatten die denn hier alles? Sniper nehm ich meine mit. Aber keine Munition. Ah jetzt. So dann lass uns mal auch los. Bei 30 Sekunden. Geht schon wieder. Achso. Backup. Revolver kill. Irgendwo. Von irgendwo wird geschossen. Von irgendwo ist schlecht. Müsst du einfach nochmal schießen damit wir es wissen. Wo soll der den Sniper bitte? Wir müssen auf jeden Fall richtig reißen laufen jetzt. Ach. Da hinten. Da hinten. Was heißt da hinten. Ah ich seh schon. Hier sind die Treppe weg. Und lauf, 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 lauf. Geht los hier ne? Au. Der hat minus 30. Oh mein Gott. Mit einem Tech 9 Schuss. Durch Zufall. Lauf einfach. Lauf, 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 lauf. Kann denn sonst ne Rakete rein drücken. Lange werden sie da nicht bleiben. Da ist es natürlich leer. Oh mein Gott. Lass uns einfach hochrennen immer hier. Komm ich muss einmal bandagieren, weil sonst war es das. Hochrennen. Wo willst du denn hoch, Alter? Naja, so einfach laufen halt, dass sie uns nicht treffen. Ich muss mir gleich erstmal noch einmal bandagieren, weil sonst war es das mit meinem. Dich trifft er mich nicht. Krabbel runter. Musst du erstmal bauen, ne? Und dann würde ich sagen fix. Hast du kein Eisen? Nee, doch, aber habe ich jetzt in der Schnelle nicht gemacht. Und dann einfach direkt Richtung Kreis laufen. Ich habe halt keine Medis. Hast du ein Medikit noch? Ich habe gar nichts mehr. Hast du die mir nicht wiedergegeben? Es waren nur 5. Oh. Ja, den einen habe ich noch niedergestreckt und dann, ja. Die überrennen einen immer direkt am Ende, ey. Als ob die es wüssten, ey. Ja, durch Medikits hatte ich nichts mehr. Das war kacke. Aber gut. So, meine, ich habe zwei Aufgaben. Solo-Spieler überdauern 150. Also für 150 zwei Spiele halt gewinnen. Und Solo-Matches unter den letzten 25. Na toll. Das heißt, ich müsste eigentlich ein Spiel einmal alleine machen. Solo. Ja, mach das dann irgendwann. So, Mike. Muss updaten. So. Michels PC ist immer noch an. Ja, dann ruf ihn rüber. Schrei ihn mal so an, wie du mich immer anschreist. Bei mir kannst du... So. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal das Solo-Spiel. Dann kann David nämlich auch einmal Solo machen. Vielleicht kommen wir sogar in eine Lobby. Das würde ja richtig lustig sein dann. Aber wissen würden wir es nicht. Ne. Wie kann ich jetzt die Gruppe verlassen? Okay. Oder so. Stopp. Also ich drücke jetzt auf Suchen. Ja, mach. Ich dachte ja dann, wenn ich es gefunden habe. Vielleicht, dann kommen wir ja zusammen. Unbekannter Fehler? Nein. Verbindung zu Spiele sogar wird hergestellt. Machen jetzt schon die Server-Faxen oder was? So, Leute. Ich kann erstmal meine Webcam wieder auf Play drücken. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Pause, bis wir dann im Spiel sind. Also, Freunde. Ich denke mal, dass wir hier den Part damit beenden. Denn so wie es aussieht. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht. Wenn man im Launcher versucht, das Spiel zu starten, steht da direkt Warteschlange 5 Minuten. Wenn es dann gestartet ist, versucht man hier Spiele zu finden. Und dann kommt nur eine Fehlermeldung, dass kein Spiel gefunden wurde. Und ein unbekannter Fehler aufgetreten ist. Ich denke mal, dass die Server wieder down sind. Denn heute ist echt ordentlich was los in Fortnite. Das war Wahnsinn. Wir hatten da vorhin eine Warteliste von 1700 Spielern. Also in der Warteschlange. Sonst sind es immer nur 6, 700. Maximal. Nachts sind es immer nur so 110, 120 pro Playlist. Also pro Solo, Duo und Einheit. Und ja. Aber jetzt kommt leider nichts. Funktioniert nicht. Deswegen sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Haut rein. Unbekannter Fehler. Unbekannter Fehler. Ja, ich weiß. Tschüss. Tibbet.